so eine kleine ausbeute geworden hier sein und dann so ein paar getränke für thomas trinkt der thomas immer so gern und die zuckerfreie dr.pepper so heute bin ich hier in konstanz und hier gibt es auch einen coolen laden currywurstladen und jetzt gönne ich mir mal die currywurst mit dem mischmasch hier aus hamburg von fritz cola das ist glaube ich aus hamburg ja genau steht daran und ganz ulkig in süddeutschland ist immer da fragen sie ob man weiß oder eine rote currywurst haben will und wenn man das nicht so kennt dann checkt man es erst mal gar nicht was geht darum eben das rote wendelbockwurst oder bockwurst und das weiß ist halt so eine gebrühte bratwurst hier so sieht es dann aus wenn man auswahlschein verlangt ist halt der ganz normale kassenbon und dann hier meine adresse muss ich mal eben verstecken da kommt dann halt so ein extra ausdruck raus wenn man den verlangt und damit alles aufgeführt da gibt man an seine adresse ein aber trägt man einen seinen namen pass ausweisnummer steht manchmal drauf das braucht man nicht eingeben das interessiert die gar nicht beim zoll beim deutschen und damit gehe ich dann jetzt hier halt zum deutschen zoll in konstanz haben so eine extra abfertigung und abfertigungsgebäude so ein kleines was direkt in der stadt ist damit sich nicht der verkehr so staut an der grenze und da gehe ich jetzt rein lass das abstempeln dann fahre ich durch beim schweizer zoll brauche ich nichts machen weil ich innerhalb der freimengen war oder bin und auch innerhalb der wertfreigrenze von 300 franken netto das ist immer wichtig sonst muss man nämlich die schweizer mehrwertsteuer drauf bezahlen und ja wenn ich dann das nächste mal wieder hierhin kommen nach konstanz dann kann ich den kassenbon abgeben und kriegt dann die mehrwertsteuer erstattet und beim dm ist sogar so da kann ich jetzt auch zu jedem anderen dm hier in der grenzregion gehen und den da ab einlösen dann beim edeka kommt darauf an manche edekas nehmen es auch von anderen edekas der kleine da in je stetten der nimmt es nicht aber der in konstanz hier der nimmt das von jedem anderen edeka der hier an der grenze halt ist und wo man auswurschein von hat hier mal eine besonderheit die wahrscheinlich nur schweizer abwaschmaschinen haben oder spülmaschinen wie man in deutschland sagt das ist hier die da blinkt jetzt die fondue funktion habe ich gerade einen schönen artikel gefunden aus der welt oder welt online da geht es dann darum dass niemand auf der welt mehr steuern und abgaben zahlt als der deutsche signal und das ist wirklich krass haben seine tabelle aufgeführt deutschland führt die tabelle an wie auch schon gesagt und ich weiß noch vor gar nicht so lange her da war belgien eigentlich oben jetzt hat deutschland die überholt und wenn wir mal gucken wo die schweiz ist die schweiz ist da unten das ist wirklich schon ein heftiger krasser unterschied und klar es gibt auch unterschiede dann zwischen ja gewissen leistungen so bestes beispiel ist immer die kita die eigentlich mehr so in der schweiz jetzt mehr in der eigenverantwortung der eltern ist und die halt den größten batzen bezahlen müssen in deutschland wird das mehr vom steuerzahler gezahlt aber ich finde dieser unterschied ist dann trotzdem krass und kann man nicht nur anhand dessen erklären würde mich mal eine eure meinung interessieren könnte man gerne in die kommentare schreiben so 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 So, das ist jetzt Bergbahn Nummer 2 von 3. Musik So, jetzt sind wir hier oben auf dem Titlis. Rund 3.000 Meter über dem Meer. Jetzt ist mal ein kurzer Ausflug am Samstag. Man ist relativ schnell hier von Zürich, so eineinhalb Stunden, also eineinhalb Stunden hat es gedauert mit dem Auto bis Engelberg. Dann fährt man mit drei Bergbahnen hoch, wenn man auf den Gipfel möchte. Hier ist ziemlich matschiger Schnee, also Sulz sagt man glaube ich dazu. Da sinkt man ziemlich stark ein. Also eben hier hat es sogar noch im Sommer dann Schnee. Das ganze Jahr über ist auch ein Gletscher noch dran. Und ja, was ich noch sagen wollte, man fährt mit drei Bergbahnen hoch. Immer in so Etappen. Die letzte ist dann so eine relativ große. Da fährt dann auch ein Fahrer, sag ich mal, mit. Oder jemand, der die Gondel bedient. Die ist dann ein bisschen größer. Die dreht sich auch um die eigene Achse. Damit erkläre ich jeder, was sieht dann auch, der da mitfährt. Kostenpunkt für alle drei Bergbahnen 96 Franken. Und wir haben bezahlt, weil wir Halbtags haben, das kann ich echt nur jenem empfehlen, der länger hier in der Schweiz ist, 48 Franken. Ja, muss ich schon ausrechnen, ob es sich Halbtags lohnt. Aber bei mir lohnt es sich schon alleine wegen der ganzen Bergbahn, muss ich sagen. Das ist echt schon klar, wenn ich dann mal nach Zürich fahre und so im ÖV, dann läppert sich das auch auf jeden Fall. Ja, ist schon ein richtig geiles Gefühl, wenn man denn hier oben ist und dann so die Berge da hinten sieht. Also die Kipfel und dann, also hinten das, wirklich das Flachland, sag ich mal, das sieht man schon gar nicht mehr. Weil heute auch nicht so klares Wetter ist. Also der Himmel ist schon klar, aber man kann es halt nicht so, man kann nicht so weit schauen. Und da hinten sieht man sogar, wie so eine Wolke so hochsteigt auch noch interessant. Ja, was ich wieder vergessen hätte, mir eine dicke Jacke mit einzepacken. Die ist jetzt noch im Rucksack. Also jetzt in der Sonne hätte man sie nicht gebraucht, aber meine Frau hat sich dann wieder mal über mich lustig gemacht, dass ich die wieder vergessen hätte. Und der ist auch so ein richtig touristischer Ort. Hier kommen auch viele so aus Indien. Hier wurde mal so ein Bollywood-Film gedreht, hier oben oder so eine Szene aus dem Film. James Bond wurde, glaube ich, auch mal hier gefilmt. In der Gondel vorhin waren Holländer, waren Spanier, waren natürlich auch Schweizer, Deutsche, Engländer oder Englischsprachige. Und dann halt auch augenscheinlich Inder. Hier ist das weltweit höchstgelegene Kapselhotel. Das kann man wirklich anmieten. Dann kann man da schön hier bei über 3000 Metern in der Höhe eine Nacht verbringen. Gletschergrotte. Grund ist das completo, weiß ich nicht, aber julgend ist in der Höhe eine Nacht mit dem Halter toma eine Hande und sch прибst dich immer hinter das Teile你想 in der Höhe eine Gehlobe. artig, im可愛 30 uhr! Danielle ist hier an mit einer Truhe, und characteristics. Die Halterk gir cuenta haben Essen sehr überhкомt. Schöne! Schöne, ja. Schöne, ja. Bis geht es ein paar Nerven. Da steht noch mal Schöne. Was ist das? Ja, schöne ich dir? Ja, schöne ich dir. Hä? 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 Was ist das da, da? Weib du. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.